Hallo Leute Maffi und wir spielen weiter The Darkness 2 im Kampf gegen Victor Ach weißt du was frisst das Ich freue mich wie du von da Genau bleib mal da hinten stehen Genau komm mal vor mich Das findest du noch von mir Mua Nö Es passiert mir nicht zu lange warte Nix gut aufnehmen Noch mal und noch mal Ja 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 F*** dich! Du bist nicht real. Niemand von diesem ist real. Es ist nur ein f***er Distract. Es ist etwas, das mich aus der Dunkelheit zu retten. Ich muss hier rauskommen. Dr. James, es ist Jackie. Ich muss nach Höhe gehen. Komm schon, Jackie. Es wird okay. Dr. James! Alles ist okay, Jackie. Keine Ahnung, es wird dich verletzen. Halt ihn bitte, Edward. Natürlich, Dr. James. Du bist nicht real. Niemand von diesem ist real. Es ist alles nur ein von seinen Tricks, aber ich bin nicht kaufen. Du hast das? Sag deinem Boss, dass ich nicht kaufen, was ich. Es gibt keine Conspiraation, Jackie. Du bist in einem Krankenhaus. Du bist nicht gut. Und wir wollen einfach helfen. Wo ist Jenny? Ich sage Jenny, sie wird einen Besuch. Komm schon, hält ihn. Jackie, das ist für dein eigenes Wissen. Das ist alles. Es ist okay, jetzt. Du hast ein schlechtes Traum. Du hast dich fühlt. Du willst sehen Jenny? Okay, zum Thema Hölle. Wenn die Hölle für jeden gleich wäre, könnte es nicht die Hölle sein, weil die Hölle ist eigentlich dazu da, um den Leuten, die da landen, wirklich ihre schrecklichsten Dinge zu zeigen, sie in Angst und Schrecken oder so zu versetzen. Und deswegen ist die Hölle für jeden anders. Egal für wen es ist, sie ist anders. Sie kann nicht für alle gleich sein, das ist unmöglich. Ähm, was machst du hier? Richtig. Und ich trinke jetzt was. Okay, lasst uns zu Jenny. Ich will endlich hier raus. Ich will die Finsternis. Ich bin ja persönlich dafür, die Blutmagie zu haben, weil die ist einfach nicht so gefährlich, außer dass man dabei sterben kann, wenn man sie falsch benutzt, aber sonst. Zumindest verliert man nicht seine... Okay, ich folge. Ich folge dir einfach mal. Ich habe einen guten Rund, ich weiß nicht, dass ich die Risiken verletzt, Ich wusste die Risiken, ich habe meine Wahl. Ich bin gut, ich bin gut. Ich bin gut, ich bin gut. Musst du, muss man dich wirklich sterben lassen? Echt? Oh, ist das mies. Richtig. Jetzt springen! Geht mir aus dem Weg, ich will springen. Nein, ich spring runter. Hm, können wir das später nochmal nachholen? Ich mache jetzt erstmal das. Ich hatte jetzt wirklich Angst, was anderes zu nehmen. Zwei Relikte, okay. Ach du Scheiße. Das ist eindeutig die Hölle. Hi. So, da hätten wir schon mal eins. Niemals. Ähm, was Hölle seid ihr? Ich will ja nichts sagen, aber, wow. Kann ich mir von euch Herzen holen? Erreiche Jenny, okay. Ich hoffe, ich finde hier noch das andere Relikt, weil hier sieht das doch... Grad etwas merkwürdig alles aus. So, hier nicht, dann. Ah, wir haben hier die spezielle Power. Das ist ja cool. Wir haben hier Hell-Munition. Wow, wir haben dich ordentlich geklöpft. Ach, du Scheiße, sieht das so spannend aus. Kann man da runter? Ja, man kann. Ich weiß, nein. Sollen wir zumindest jetzt erst mal ein paar von dem von live halten. Moment, jetzt muss ich eben mal was gucken. Wie viele Relikte haben wir insgesamt? Moment, jetzt muss ich mal was gucken. Das 28. fehlt uns noch. Bis zum nächsten Mal.